Ja, und da sind wir wieder zurück zu... Das sind die B6. Ähm, in der letzten Folge sind wir ein bisschen rumgerannt, haben das Unschwur gemacht. Und jetzt sind wir in einem Fallgefecht und, äh, versuchen zu überleben. BAM! Ja, ich bin auch wieder dabei. Ja, ja. Und, äh, der Bruder ist wieder dabei. Aber das interessiert ja keinen. Nee, irgendwie nicht. So kann nämlich halt die Munition wirklich ja da ist weiter. Keine Munition mehr. Voll unfair. Okay, ich glaube, ich muss bei der Sniper bleiben. Ich krieg nur noch Sniper-Monique. Oh, hier gibt's Blendengranaten. Oh, ja, du sprichst immer auf dich drauf. Ja, wenn du stehen, bleibst da unten drunter, kann ich dir nix für. So. Ich muss mich verheilen. Ja, stell dich genau vor mich. Ja, ja, bin ich im Sichtfeld, bin ich im Sichtfeld. Ja, bist du. Wir haben alle eine Machete. Der ist immer noch am Weg. Ich kann nicht nach vorne schießen. Du hast ein Talent dafür. Ja, aber das ist pure Absicht. Das ist nicht toll? Oh Gott, der ist mutiert. Bleibliegen. Warte mal kurz, ich will mal was ausprobieren. Nein, ich fahre garantiert nicht. No, ah. No, okay, ich bin keine Lastbladers. Die wären sonst kaputt gegangen. So, alles muss man selber machen. Bestehst du immer noch am Weg? Kann gar nicht sein. in dieser schmalen Gasse im Weg stehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Habe ich ihn töten? Ja, ne? Ja. Liebe, liebe, liebe Zuschauer, ich darf ihn töten, oder? Den Zombie, ja. Nein, dich. Entschnürf, Kalabe! Geplänkel, Geplänkel hier, meine ich, so. Ich finde das cool, so wie die Stimme. Ich könnte mal nochmal, könnte man das mit Leertaste aufrufen, oder mit Tab? Hast du aufrufen mit Leertaste? Achso, ne. Mit E, okay. Ah. Ja, könnte man. Fuchs. Weil ich würde gerne meine Granate in die Hand nehmen. Mit V war das, oder? B mit F. Durchscrollen. Mit F? Mit F kannst du die Sekundärsachen. Okay, gut. Da ich keine Muni mehr habe, gehe ich jetzt einfach mit der, mit der Granate rum. In der Hand. Ach, getroffen. Ähm. Fuh. Oh, ja, lass halt noch nach. So. Und dann... Heil to the king, baby. Schon wieder vorrennend. Ja. Aber sollst es ja auch von dem her. Oh mein Gott, Feuer! Feuer. Geh lieber weiter. Wow. Die Scheiße schütteln. Ja. Ich komme mir nur auf die Steuerung klar, wenn ich ehrlich bin. Ja, wie lange ist das so spielen jetzt? Das Spielt haben, das ist schon... Ähm. Ja, man hat man ihn da aufgenommen. Ich glaube aber, anzeigen. keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Anzeigen mal. Anzeigen mal. Okay, gibt's hier irgendwas Schönes? Oh, hier können wir nach oben gehen. War da hinten was? Ähm. Oh. 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 Ähm. Ähm. Oh, in den Keller, Mann. Was ist denn mit dir los, ey? Ne, da geht's nicht lang. Der ist zu. Ja. Es kann daran liegen, dass ich dich eigentlich nur ganz schlecht höre. So irgendwie nur jedes zweite Wort ein bisschen verstehe. Du solltest unbedingt was in deinem Internet machen. Ja, ich. Ja klar, wer sonst... Wenn du meine 10.000 Folgen hochlädst. Eine. Man muss dazu sagen, eine einzige Folge ist es nur. Das ist lang gedauert wie 10.000. Ja, was daran liegt, dass ich nur eine 6K-Leitung habe. Lass mich halt. Aber halt nicht, werden wir aufnehmen. Das hatte ich ja vorher schon. So. Kisten. Letch. Ja, aber wir können heute auch nicht so lange aufnehmen, weil wie gesagt, ich muss auch noch Masseffekte aufnehmen. Ist das ein Feind? Es ist jetzt erst noch relativ früh von dem her. Und ich glaube, du kannst auch noch heute Abend aufnehmen, oder? Ne, ich will um 20 Uhr die erste Folge hochladen. Äh, hoffentlich wieder freischalten. Dann lädst du halt nur eine Folge... Äh, Quatsch. Dann machst du halt nur eine Folge, lädst die hoch und dann können wir weiter aufnehmen. Ja. Man schießt auch nicht, aber ich sehe niemanden. Jetzt haben die auch noch Masse. Hä, von wo schießt denn wer? Vom Dach oben. Ach, von da oben. Drei, vier Leute. Ah. Störb. Geht doch. Geht doch. Geht doch mal rüber. Ah. Es gibt dir ja versucht, die Deckung zu geben. Hinter dir ist einer. Ich weiß. Macht nix. Okay, mach vielleicht doch was. Oh, da fällt runter. Nein. Schön. Ich hatte zwei so eine Arme. Au. Der tut weh. Ich lässt dich schon. Das wäre eigentlich die perfekte Position für dich gewesen, die Scharfschützengewehr hier zu schließen. Ja, wäre es vielleicht. Ist doch egal. So. Ich glaube, ich rücke langsam mal ein bisschen nach. Ja, mach mal. Ach, hier muss ich hoch. Da die Sniper halt auch mal kaum Muni hat, habe ich die nicht genutzt, großartig. Ich dachte, du findest nur Munition für die Sniper. Ja, nee, eben nicht. Das ist ja das Problem. Hä? Du widersprichst dich? Nein, nein. Ich habe ganz am Anfang gesagt, cool, ich habe zweimal Muni gefunden. Ich habe ein bisschen was. Okay. Was ist das für wieder ein Fruch? Na, klar. Ich habe mir nicht studiert, das sah gerade zu Haus. Ja, ich habe aus der Granate geworfen, mitten ins Gesicht und so. Muni, Muni. Und hoch und runter. Und hoch und hoch und wieder runter. Nein, nein, nein. So was jetzt nicht so ist es Spielstreckung. Das ist die Kreditsamen, folglich hinweg. ich glaube ich nehme für nächstes mal wieder die das munitionsdeutschen weil ich brauche mir auf jeden fall mann wir sind echt also die typen die kann ich zielen also kann man sich sagen ich habe noch nicht drauf geachtet konnte ich nicht irgendwie auch so gut versuchte mit umschalt wir haben uns schon auf die gemerkt so völlig kräftig dass gelangweilt du fühlst dich gelangweilt er von dem spiel und jetzt ist das ist wie bei Leon am anfang so wie so ein bisschen langweilig wir müssen uns damit zweit dran du kannst ruhig feilen aber lass mich nicht los ja das wäre nicht schlecht ich bin jemanden au 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 aux au? ich wurde angeschossen aber von wo? von gegenüber ach von da unten au nein daneben tu was ja der ist tot der ist auch tot au oh scheiße der ist auch tot Ich bin hier wie, äh, auf dem Präsentierteller. Ähm, er ist ein Schmetterling. Er ist ein Schmetterling. Stür! Oh, er ist tot. Er ist tot. Der kommt, der kommt, der kommt. Aber er lebt immer noch. Stür! Der Typ hier, der eine hat sich gerade in einer Schmetterlingsbranche. Tut mir leid. Nein, Schmetterling. Was denn da ist hier in der Schmetterling vorhanden? Können wir jetzt ernsthaft? Dann ist es vielleicht doch ein Last Pluggers. Oder irgendwas in der Art auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich modifizierte, wie in Resident Evil 5. Das sind ja auch die modifizierten aus dem vierten Teil. Schön, dass ich sehe, dass die da hochgehen. Was interessiert mich das? Ich muss eh hier runter. Und ich glaube, wir werden noch später erst müssen, was den Last Pluggers erklären. Weil es wird bestimmt im Spiel noch vorkommen, was genau das ist. Und so weiter. Wo bist du denn da? Ich bin versteckt, du siehst mich nicht. Ich brauche keine Deckung, die schießen eh alle auf dich. Ich weiß ja nicht mehr, wo du bist. Du bist. Ich bin auf dem Dach gegenüber. Da hinten, okay. Oh, ich habe ja gar nicht gesehen. Klatsch. Okay, wir haben die Schüsse leichte Verzögerung. Bei mir. Teilweise. Leichte Verzögerung. Ne, du schießt ihn ab und dann erst eine halbe Minute später so fällt er dann tot. Keine Ahnung, was die noch einer ist. Hier muss ich mit dir durch. Das war jetzt klar. Ja, du schützt. Ich wollte eigentlich rüberspringen. Warum kann ich ja nicht hoch? Ich beschütze dich klar. Jederzeit, wenn ich hier hätte, die ich beschieden können. Ich sehe, keine Gegner, ich sehe halt dich. Das war's. So, Brutzelgequisch da. Die Typen haben nichts drauf. Du hast doch zwei Kisten übersehen und was habe ich dir nicht? Ja, mach nichts. Ich habe hier Gegner. Und Kisten in Massen. So, oh, was, hechelt. Ja, über dir, über dir, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt. Ja, auch, schießt du nicht einfach. Weil ich auf Einzelschuss hatte und das nicht funktioniert ja gerade. Weil jedes Mal, wenn du einzeln schießt, geht auf einmal der Rupppunkt weg und du siehst nichts mehr. Bevor ich rüberkomme, konnte ich das hier hinten nochmal ein bisschen, ne? Ja. Ich wollte nicht rücken, egal. Was ist das, Alter? Ich will sprinten. Und dann klettert irgendwie hoch oder runter. Ja, normal. So ist das Spiel halt. Und hier kann ich bestimmt durchgehen. Nicht. Da liegen überall noch Credits für mich und so, aber ich komme nicht rüber. Auf dem Dach liegen da ganz viele. Und runter. Immer muss ich auf dich warten. Immer. Na, erstmal Pause. Alter. Das machst du doch mit Abwächtig. Nein, ich stoppe es. Immer mit seinem Ace of Spades, ey. Nie gespielt. Das ist nicht langweilig. Das ist cool. Erledigt. Bäm. Nein. Und du schaffst es wieder nicht. Also es sind zwar keine Zombies, aber die schießen mindestens genauso. Genau. Ich wollte mich da draufsteigen. Ich würde gerne die Gegner sehen. Hüpps. Das war der. Klatsch. Ja, ich glaube einer hat mich abgeschossen. Du bist fast tot, ne? Nur so 10 Uhr. Ah, das ist schon die ganze Zeit so ist. Das ist schon Standard. Ich sollte die nächste Werkstatt aufsuchen, aber ich mach's nicht. Was für eine Werkstatt? Autoschaden und zum Beispiel. Was schlauer ist schon? Die Bahnlichter, die Bahnleuchte leuchtet. Du sollst eine Werkstatt fahren. Ja, man kommt von der Sonnastung. Ich weiß nicht. Beschwer du dich nochmal, dass ich dir nicht helfe. Du sagst so. Naja, glücklich damit dem Typen aus. Ich wollte das nicht hier eigentlich nicht stören. Du hast ihn erschossen. Ich war gerade so schön mit ihm beim Tanzen. So. Ach, okay. Runter. Und Kiste. Ausfalt. Ja. 14 Minuten. Müssen wir die beiden öffnen? Okay. Bevor wir jetzt. Ne? Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, tschüss.